ich möchte euch einladen auf luschan an meinem nageltisch neue produkte und nachkauf vor geraumer zeit habe ich euch da schon mal meinen einkauf gezeigt und ich habe es wieder gewagt ich bin sozusagen ein wiederholungstäter ich habe noch mal einen gekauft weil ich so begeistert war davon und ich nehme euch jetzt mit mit einer tasse tee heute aus der neuen übrigens auch leute ihr habt mich geflutet mit bestellung herzlichen dank an der stelle hätte ich nicht gedacht also ich habe wohl doch mal farblich und designmäßig den besseren riecher gehabt obwohl meine erste tasse bleibt übrigens die version tasse 1 mit der mit diesem logo bin ich gestartet dieses logo bleibt auch bei mir nur die tassen kann sein dass es immer mal wieder eine neue gibt aber ich möchte eigentlich bei zweien lassen weil ja für die rosa lastigen und für die die lila mögen die mögen dann auch meistens blau und ich hoffe dass ich jetzt irgendwie jeden geschmack getroffen habe vielleicht gibt es noch mal irgendwas ganz einfach ist aber einfach ist ist nicht meins das wisst ihr die tasse geht quasi jetzt in mein portfolio über in meinen bestand an ja also werbemittel klingt jetzt blöd ihr wisst schon fan tasse nummer zwei und fan tasse nummer eins die alt bewährte mit meinem alten und immer noch heute aktuellem logo und die tassen sind jetzt gedruckt sind fertiggestellt und sind bei mir angelandet das heißt bestellungen gehen raus und ich werde peu à peu je nachdem wann die lieferung rausgeht an euch ja dann auch diejenigen die im video die signatur gerne mit erwähnung mit bestellt haben kann man das so sagen sich gewünscht haben werden dann peu à peu in einem dies und das video so zwischendurch mal mit hinein kommen ich glaube der überraschung effekt ist da auch nicht schlecht oder muss ich das ankündigen also natürlich schauen leute die meine fan tasse bestellen jedes video von daher lasst euch überraschen ja ich habe heute in meiner tasse mal wieder brennnesseltee ich habe irgendwie so das gefühl ich müsste mal entwässern also entschlacken ja und deswegen brennnesseltee den trinke ich dann auch mal zwischendurch und heute wie gesagt aus der neuen fan tasse brüste ich ihnen alle was auch immer ihr trinkt aus welcher tasse auch immer nur die enge gemeinschaft von nagel konstradio brüste ich ihn mit der tasse und die die sie noch nicht haben ich grüße euch trotzdem und hoffe dass sie heile bei euch ankommt da freue ich mich übrigens immer über feedback andrea die tasse ist heile angekommen da möchte ich auch noch mal sagen kartons die von außen beschädigt bei euch ankommen bitte gleich ne bitte gleich fotografieren bevor ihr öffnet bitte erst ein foto machen corpus delicti für die post und wenn dann die tasse auch noch kaputt ist dann bitte bei mir melden wir werden das baby schon schaukeln brüstechen so telle ich hatte habe jetzt zwei anfragen noch mal gehabt wegen kanni kanni ist inzwischen bei mir unter jedem video hoffe ich verlinkt das waren diese wunderschönen farbtöne da habe ich das oder da feiere ich das milky white unglaublich das ist die 90 49 ich habe es verlinkt einzeln wie auch setzt ihr bekommt da habe ich dann jetzt einfach eins genommen ich finde sie toll und auch die fläschchen sind alle inzwischen so und natürlich obendrauf on point hema frei das möchte ich noch mal sagen also wer sich dafür interessiert guckt bitte meinen link mit sternchen versehen heißt eine kleine unterstützung für mich meine arbeit hier auf dem kanal ein paar cent die bei mir ins spar wird sie landen ich habe auch eins hier ja ich habe einen rosa sparbutz ja und da kommt halt immer mal was rein ne wertschätzung also ja genau ob liegt euch ob ihr darüber einkaufen möchtet oder nicht ich zwinge hier niemanden ich muss es halt nur immer mal wieder sagen für die die dann nicht lange suchen möchten ist das natürlich ein optimales ihr bezahlt ja nicht mehr bei amazon ist es ja nun mal so als wenn ihr das nicht macht es fällt halt für mich so ein bisschen profession ab sagen wir es mal so dankeschön an der stelle ja und wo wir dann schon dabei sind ich hatte dann auch euch diese hier vorgestellt diese beiden schätze oder waren es drei leute ich finde sie toll ich spreche das jetzt mal nett aus weil das ist so a und a und o hintereinander breche mir wahrscheinlich meine zunge da hatte ich euch auch mal ein video für gedreht und das hier ist so ein make up milky bis gläserner ton 1301 für dunklere heutchen würde ich schon sagen also ich trage ihn euch mal auf nochmal zur sichtung ich habe wieder welche aber ich habe wieder die falsche gegriffe beim einkauf so sieht er also was ist mit meiner kamera heute so sieht er also ziemlich dick aufgetragen aus ja damit ihr die farbe mal wahrnehmen könnt jetzt läuft er natürlich aber das war jetzt nicht meine absicht jetzt mache ich mal eine schicht nur das ist noch mal seht das ist dieser hier die nicht sehr sehr mag also damit habe ich schon einiges gemacht ein ganz toller ton ja 1301 kann ich euch empfehlen so machen wir wieder ab dann habe ich die 13 52 das ist ein sehr sehr helles rosa aber auch milky ich setze euch den blob ab ich habe die aber schon mal gezeigt dieses dieses produkte diese produkte und habe sie da schon gefeiert lässt sich spielend leicht auftragen ohne schlieren ohne ohne irgendwie seht ihr das eine schicht und das auch noch super super in der oberfläche super glatt so sieht der aus und weil ich die da schon so gefeiert habe wegen dem mühelosen auftrag und keine schlieren vom pinsel ihr kennt das bei solchen pastelligen geschichten habe ich ein bisschen zeit verstreichen lassen und habe mir nochmal welche kommen lassen ja also und diesmal also die kamen hier in dieser verpackung ja und das fand ich schon sehr edel dieses creme farben und jetzt passt auf also das ist jetzt von der neuen bestellung und jetzt kommen sie so und das ist ja wohl mal der hammer oder guckt euch das an ich finde es noch ansprechender als das muss muss halt immer wieder so das schicht sein ich kann mich auf den kopf stellen das ist einfach so ja also einmal das hier und dann habe ich noch weitere so in der verpackung weitere vier fläschchen und wir schauen sie uns jetzt zusammen an habt ihr lust dann bleibt gerne dran ich freue mich wenn ihr dabei seid ich weiß aber dass ich jetzt einen von meinen vorherigen hier nochmal nachgeordnet habe jetzt stehen die sachen schon so lange bei mir weil ich ständig wieder andere videoanfragen habe und auch meine eigenen ideen und es steht schon eine zeit lang hier auch diese produkte werdet ihr in der infobox von mir hier unter diesem video und unter den nächsten gerne verlinkt bekommen so dass ihr auch das ganz schnell findet auch über amazon ein einkauf so dann möchte ich jetzt mal gucken was das hier für einer jetzt war weil ich schweiß es nicht mehr genau schau dir mal ich habe meinen spartel wieder gefunden ich habe den vermisst ja das ist die 13 52 also der ton den ich euch gerade zuletzt gezeigt habe als backup ja da könnt ihr es noch mal sehen als backup genau das war mir ganz wichtig und das ist jetzt neu oder hatte ich das bei den anderen also hier ist auch wieder eine kleine erklärung dabei aber das brauche ich nicht also das kommt in meine vorratsschublade gut dann nehmen wir uns den nächsten vor also immer so schön uv led aushärt auszuhärten dann haben wir jetzt hier die 16 vierungs wassich die flasche ist auch matt silber wie schön ist das denn wieder lustige füllung ihr habt ihr keine 15 ihr habt ihr 16 ml nur mal so und das ist jetzt die 1624 jetzt bin ich gespannt ja kühler dunkler als die 1301 aufpassen meine absorge geht da ist hier drunter ich mache erstmal ein blob ein blob der blub vom blob fällt mir gerade wieder spinat ein so sieht er quasi deckend aus ja so und jetzt streichen das ganze mal aus heute ist nicht so voll die flaschen das ist er in einer dünnen schicht und seht ihr dass da sind keine riefen keine striche vom pinsel gar nichts so sofort eine glatte oberfläche klasse geschichte und er gefällt mir gut ich weiß aber nicht ob ich tragen kann kann sein dass er mir schon zu dunkel ist er ist roselastig aber ein kühler kühlerer tun ich ziehe das wieder runter weil ich brauche das ja nicht ich habe ja eigentlich mein pinöppel da oben drauf kann es einfach hier vorne wieder was dran machen mal schauen aber ich glaube es wird mir nicht es wird mir hier nicht drauf haften okay schön bauchig diese flaschen also man kann sie quasi auch so hintereinander schön eng an eng stellen wie auch immer ihr sowas aufbewahrt ich freue mich so ich freue mich so ich freue mir so ich bin ja kein berliner aber dieser satz hier ist jetzt keine beschreibung trainer aber dafür steht alles wichtige einmal außen herum nicht wahr nehme hier wer hat sie schon wer will noch mal nein wer kann was dazu sagen wie er sich findet bitte kommentieren 16 43 gucken ob hier ein zettel drin ist nein auch wieder schön silbern jetzt könnte man meinen der wäre wie der wie der hier wie die 13 52 wir können sie gleich mal im vergleich sehen aber der hier ist noch ein bisschen ich sag mal quietschiger so sieht er aus und jetzt mache ich wieder eine schicht es ja das ist ein richtiger apriko rosa aber mehr rosa lastig als apriko die zeigst euch mit dem läppchen ich muss wieder schnippeln wenn andere da irgendwie häkeln und stricken da schnippel ich mir mein läppchen gell so sieht der aus ich hole mal den anderen noch mal dabei wartet mal im vergleich wäre es bestimmt interessant für euch die 13 52 also das ist jetzt der eben 13 43 und jetzt nehmen wir ihn noch mal dazu den ursprünglichen ja seht ihr einen unterschied also der andere ist wirklich quietschiger ja der hier ist wirklich ganz zart ich lege sie euch so mal hin könnt ihr sie besser sehen das war der jetzt eben ja ich kann aber beide tragen würde ich behaupten ja also ich kann den also der ist sehr neutral der 13 52 ich würde sagen für alle und hier da muss man halt der typ für sein da muss man dann gucken was für ein unterton die die haut hat ok wir wollen keine verwechslung das ist der den packe ich mal kurz beiseite so und das ist wie gesagt die 16 43 alles einzeln bestellt das ist kein set falls es jemand interessiert und der preis ist bombe guckt bitte nach nächster ihr habt ein bisschen Zeit gell ich werde immer mehr zum hessenig also es ist ganz schlimm 16 41 wieder hier ordentliches hochdeutsch sprechen 16 oh ja ja milky milky white jetzt bin ich gespannt da habe ich keinen plan von wie der ist erst mal ein blob sieht schon sehr gut aus und da gibt es auch unterschiede macht euch da bitte nichts vor ja es gibt weiß und weiß und es gibt milchig milchig weiß und auch da gibt es unterschiede da ist er gefällt mir auch mega mega ich glaube den brauche ich noch mal also es gibt so sachen die mich dann so mitnehmen und dann habe ich immer angst dass ich sie nie wieder kriege nie wieder und deswegen muss ich immer noch so einen hinten in der schublade haben das beruhigt mich ungemein schöner ton oh herrlich ich glaube mit dem mache ich demnächst auch wieder was ich habe ja jetzt hier noch weiß wobei ich hier jetzt einen verloren habe das war bei der gartenarbeit und das weiß es halt schnell schmutzig aber der ist echt schön 16 41 für euch in der sichtung so der letzte aus diesem einkauf und wie gesagt das steht schon bei mir eine zeit lang 15 24 ich weiß gar nicht das aushalten konnte das alles da stehen zu lassen ohne rein zu gucken man kann sich auch ein bisschen disziplinieren im leben oder ich diszipliniere mich ja jetzt hier mit so einem furchtbaren Brennnesseltee und ich hatte mir vorgenommen dieses jahr die Brennnessel selber zu pflücken ich hatte auch diesmal gar keine läuse dran also dieses jahr läuse war sehr aber dafür schneckscher ja lauter schneckscher 15 24 ja genau es gab mal eine frage in den kommentaren Andrea kannst du irgendwie so ein beeschiges weiß empfehlen weiß beeschik also so in diesem übergang ich würde sagen der hier vielleicht ist es ja noch dabei die liebe Zuschauerin also das hier wäre das was du vielleicht gesucht hättest da habe ich aber damals wirklich im kommentar gesagt du da kann ich dir eigentlich gar nicht helfen weil das ist so speziell ja es ist aber schon mehr so ein zarter beige tun aber Richtung Hautfarben da guckt euch das an sowas habe ich auch noch nie getragen was habe ich noch nie getragen ich habe noch nie braune Nägel an mir gehabt also wirklich noch nie getragen auch nicht zu damaligen ähm normalen Nagellack noch nie brauntöne top ja aber braun das wäre meine Aufgabe ein braunes Design für mich vielleicht dann mehr was tierisches ja finde ich auch sehr schön was meint ihr ich finde ihn echt sehr sehr apart wirklich ein schöner Kerl ein schönes Schnuckelsche vielleicht soll ich den mal draußen lassen ich habe jetzt geschmiert also ihr habt ihn gesehen die 16 2 äh 24 äh Entschuldigung ich habe mich da verdreht ähm ne 15 24 was habe ich denn jetzt gesagt 16 vergesst das 15 24 so richtig Hautfarben würde ich sagen ein klassischer Hautfarbenton ohne rosanen Schnickschnack so das sind sie ihr Lieben ich freue mich dass ich da jetzt hm 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 ja den weißen hier den werde ich nochmal nachordern den brauche ich jetzt nochmal als Backup ja und ich werde die jetzt quasi in mein Regal hinter mir räumen in mein rundes Regal und ich hoffe dass euch das hier gefallen hat zum Thema Milchiges auf den Nägeln Produkte die mich wirklich auch hier komplett überzeugt haben und ich sage es nochmal Dinge die mich nicht überzeugen das wisst ihr dann sage ich hierzu auf Durchfallprodukt das ist übrigens mein Slogan Durchfallprodukt oder aber sie schaffen es erst gar nicht ins Video rein genau Pröste ich ihn an der Stelle an euch alle ja mir bleibt nur noch zu sagen das darf es heute mal gewesen sein mal etwas kürzeres für die die es gerne ein bisschen schneller mögen ja und bleibt in eurer Mitte wie gehabt passt auf euch auf bleibt gesund und schlüft noch ein bisschen in meiner Abwesenheit und lasst die Seele baumeln in Sachen Farben und Design wir sehen uns zu einem weiteren Video hier bei eurem Nagel Kunstradio von und mit mir wenn ich denn gesund und fit bleibe demnächst wieder hier und wer das Glöckchen nicht aktiviert hat beim Abonnement was kostenfrei ist übrigens macht es bitte noch dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir bis dahin macht's gut ich freue mich auf eure Kommentare und beantworte diese auch hoffentlich zeitig bis dahin tschüss